moin moin ihr batik ladies herzlich willkommen zurück bei ghost in the shell first assault online stand alone assault online complex wir spielen diesmal terminal conquest und tun unser bestes um einfach mal nicht drauf zu gehen und diese schlacht für uns zu entscheiden meine lieben noch 23 hp jetzt gibt es aber auf den sack endlich endlich ist er tot oder war das der dem ich schon die ganze zeit auf den sack ging ich weiß es nicht genau achtung in 45 metern sie haben ihr ziel ist auch hässlich da so ein turm reinzustellen ich bin doch gerade erst gespawnt können wir nicht einmal ein einziges mal hier gewinnen geht es nicht oder was ist da los fick dich doch du diese scheiß camper das wird wieder genau so eine scheiße wie die male davor ich hasse diesen modus fick dich doch honestly ey man ich sehe ihn und ich schieße ja du sollst dich ganz klar einfach mal ficken junge was geht ab wieso treff ich denn so behindert scheiße es ist nicht mal mehr nur scheißes behindert scheiße die scheiße sitzt im rollstuhl und deswegen trifft sie so bekackt gott das musst du jetzt knappen knappen klappen klappen ich könnte ich würde gar nicht mehr gerade ausreden fickende fickvergleich haben wir es oh gott oh gott oh gott oh gott wie wie in die fotze deiner mutter aber mit schmackes ich bin so dumm okay wir haben wenigstens schon zwei ja die anderen nur eins und das andere wird auch gerade von uns erobert sich gerade auf gott wir müssen das einfach mal schaffen sonst wird das gar nichts mehr sonst wird das echt nichts mehr sonst sehe ich da verdammt arg schwarz dafür fick dich und du dich auch und du kannst gleich mal da hat dich da hinterher ficken mei 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 fotze hell jetzt hatten die denselben scheißplan wie ich ich raste aus oh gott sei dank haben wir den shit gewonnen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ja